Wir haben durch unsere sportliche Leistung sportlich in ein Wespennest gestochen und das jetzt ein bisschen summt, ist normal. Schöne ist, dass ich auch nie das Gefühl habe, dass das unsere Jungs weiß Gott wie interessiert. Die wollen Spaß haben am Platz, die wollen losgelassen werden, von alleine gelassen werden. Wenn das Spiel losgepfiffen wird, dann lassen wir sie von alleine und dann zahlen sie uns das zurück. Im Moment könnte ich mir einfacher auf einem vorstellen, als gegen RB Leipzig spielen zu müssen. Es ist schon so, dass wir den Gegner absolut wertschätzen. Es ist eine gute Mannschaft mit einem sehr guten Trainer und die werden sicherlich top motiviert gegen uns auflaufen. Aber wir sind natürlich auch vollgepumpt mit Selbstvertrauen. Ich war gestern am Weihnachtsmarkt, inkognito. Aber es war fast an jedem Stand, da gab es nur ein Thema. Und das war nicht der Weihnachtsmarkt.